Jo, Heizung zu Blackmeth Wukong. Wir sind hier immer noch kurz hinter dieser Sperre hier, wo der Wächter war. Mal gucken im Wald der Wölfe hier. Jetzt gucken wir mal, was hier weitergeht. Da hinten hängen schon wieder irgendwelche Typen ab. Nur er oder noch andere? Ja, nur er, ne? Oh, er auch hier? Okay. Na, schauen wir mal. Mhm. Froggy hat schon wieder Probleme. Der Froggy explodiert dann immer und ver... Ah, okay. Und der vergiftet einen. Mhm. Wie lange hält das an? So, das heißt jetzt weg hier, damit der nicht... Ah, okay. Okay, mhm. Blöd, ne? Boah, wie lange hält denn das an? Hm? R2, oder? Ja. Okay. 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 Das ist mir echt so derbe vergiftet, ey. Das ist übel. Na gut, muss man aufpassen. Wenn man so weiß, Froggy explodiert am Ende. Das ist mir echt so derbe vergiftet, ey. Das ist übel. Dann ist ja alles gut. Asi. Oh, nice. Mhm. Meditation, sehr gut. Okay, das ist cool. Also immer schön meditieren. Wenn man das jetzt nochmal macht, bringt nichts, ne? Man kann einmal meditieren wahrscheinlich. Genau. Okay. So, das heißt wir müssen da rein. Okay, man kann das ganze Zeug auch noch kaputt haben. Gut zu wissen. Hm, Knopf. Hai! Ja, das soll ich. Und? Nice, auch hier mit dem Licht, ne? Das ist schon cool gemacht. Diggi, achso, okay, du bist ein Schrein. Drei von elf, genau, da haben wir das letzte Mal rein investiert, aber wir wollen natürlich in sowas hier rein investieren. Let's go! Moderat, na gut, ist ja in Ordnung. Drei eins, okay, verstehe. Das eine sind Fähigkeiten, das andere sind Zauber, okay, wir haben jetzt voll in Zauber reingehalten, okay. Alle Geistfunden auf einmal zurücksetzen, kann man auch machen, okay, kostet nix, das ist cool. Zauber auswählen. Was ist denn der Unterschied? So, der, ah, genau, okay. Ich würde sagen, wir haben ja nur einen Zauber. Im Laden kann ich was kaufen, okay. Oh, wie geil ist das denn, okay. Wo steht, womit bezahlen wir mit den Flämmchen da oben? Denkt daran, euch an diesen unheilvollen Ort zu schützen, okay. Medikament ist böse, lindert Medizin, okay. 180 Materialien, okay. Okay. Okay, das sind Zutaten. Lindernde Medizin. Eins kann man sich nochmal gönnen, oder? Ja. So, was haben wir hier? Grundmaterial für Rüstung. Okay. Okay, R1 verkaufen. Was könnte man verkaufen? Das Goldstück. Erstmal nicht, ne? Nee. Okay, sehr nice. Aber reisen könnte ich jetzt nicht, oder was? Na, egal. Ja. Wohin. Nein. Nicht wahr, aber das ist doch immer so, wie vor uns das passiert. Das ist doch noch nass. Now kann man sich nicht darauf mal auf nữa. Jetzt kommt, die 끊 where надо ein Es gibt. Kommt um mal auf die Krämmchen. Die Krämmchen. Dann kommt, das ist doch auch schwer. Ähm. Okay, ich kann jetzt wirklich hier rumflattern, aber wie geil sieht das denn aus? Okay, cool. Aber nicht lustig, ne, ganz ehrlich? Noch eine Wache. Ganz vorne standen zwei oder drei, was war das denn? Ah, ich sehe, man hat nur eine gewisse Zeit, das auszubilden. Okay. Oh shit, dann kommt man hier raus. Okay. Hm. Okay, die Teile kann man auch kaputt kloppen. Okay. Okay, das waren drei da hinten, ne? Ne, zwei sind's. Oh, ich dachte, die warten hier rum. So, jetzt war hier der fette Typ, ne? Das war ja natürlich nicht so nice. Der haut uns wahrscheinlich gleich weg. Okay. Okay. Bevor er sein Schwert greifen kann. Ach, wie war das noch? Okay. 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 boah hier kannst du so viel sehen und finden mhm den Typen dahinten wollen wir uns auch erstmal nicht gönnen würde ich sagen oh nicht gut ok gut ja Junge Schling haben wir schön gemacht oder das kann man wohl nicht anders sagen wasser sieht nice aus dahinter ist der Typ es geht es geht es geht es geht es geht Stabwirbel, okay. Oh, was war das? Oh, was war das? So, das ist der Weg, den wir gekommen sind, ne? Dein ist dieser fette Supertyp. Ich habe einmal ein bisschen Angst. Was bringt uns das? Der ist sehr langsam, so sieht er zumindest aus, aber. Mal gucken, ob man sich hier lang schleichen kann. So, das ist der Weg, das ist der Weg, das ist der Weg, das ist der Weg. Das ist der Weg, das ist der Weg, das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg, das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg, das ist der Weg, das ist der Weg. 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 Letztendlich müssen wir wieder irgendwo hin, würde ich sagen. So, er sagt im Hof, ähm, ist die Bestie, okay. Okay, also dieses Tor hier, gehen wir erstmal nicht durch. Wenn er schon warnt, dann sagt er garantiert, Diggi, du bist noch nicht fit genug. Kann man denn hier irgendwie rein oder? Nö. Oder andere Sachen kaputt machen, weil es langweilig ist. Okay, mal gucken. Ja. Okay, gehen wir erstmal zurück, also wissen ja, dass es hier ist. Und hier durch können wir wirklich nicht, ne? Ja, sieht da hinten so vielversprechend aus. Schon wieder ein bisschen was pimpen. Äh, wie war das noch hier, ne? Hm, jo. Ausdauer ist mindestens genauso wichtig, glaube ich, ne? Würde ich mal sagen. Scheiße, ich denke mal, dass es sprinten, Mist. So, Jimmy rennt ja immer noch rum, das ist natürlich ein bisschen blöd. Lass mal gucken, dass wir an dem vorbeikommen. Da habe ich jetzt keinen Bock, den zu killen. Aber ich glaube, der ist schon recht heavy. Nichtsdestotrotz, warum sollte man den killen wollen, wenn man da vorbeischleichen kann? Hm. Weil es XP bringt, okay. Noch ein paar von den Boys, okay. Okay. Okay, so jetzt war da hinten noch so ein Dude. Und überall, über sieht man irgendwas, ne? Naja, vielleicht wächst das auch nach. So, hier war irgendwie so ein Vogel. Okay, hier ist einfach noch da, wo ich bin. So, hier bin ich, meinter. Okay. Okay. Da ist unterdurch, dass er da ist. Oh, da ist auch schon ein Typ. Den hatte ich gesehen. Den Typ mit dem Wasser-E-Rox hat ich gesehen. Ich bin ein Typ. Ich bin ein Typ. Ich bin ein Typ. So, jetzt nochmal kurz gucken, wie sind wir von da hinten eigentlich gekommen? Hier unten standen die beiden Dudes, so sollen wir uns doch den Digi mal vorknöpfen. Natürlich schon klar Manschetten, ups, den haben wir noch, ok. Kleiner Grafikpack. Ok, wo kommt er jetzt her, weil wir sind zehnmal schon hier lang gelaufen, aber wahrscheinlich nicht direkt an ihm vorbei und deswegen hat er uns gar nicht bemerkt. Ok, so, jetzt mal gucken, was wir mit ihm hier machen können. Ok, der braucht ein bisschen. Was ich jetzt schon sehe, ich finde das ein super Shoot. Okay. Was ist das? Ach! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin der Herr, bitte legen Sie den Kuhl. Sie können mit mir lernen, um den Kuhl zu lernen. Ich bin der Kuhl. Oh 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 I can't sell you but it looks like you can feel good Oh 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 Das war's für heute. Oh 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 Na Juti Portrait Aktualisiert okay 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 Okie dokie Oh Was macht das? So wie meditiert vielleicht? Hehehe Du das Haua Wannsing BuGai Flu 7 Okay Was? Oh? Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! Ja! Jungen, jungen! Jungen, jungen! Jungen, jungen! Jungen, jungen! Jungen, jungen! Jungen, jungen! Vogel. Okay, haben wir den wenigstens auch weg. Katsching. Blut des Eisenstiers. Material, sehr gut. Okay, und was ist das, was dann rumschwebt? Hallo? Ich hoffe nicht, dass das irgendwie Loot ist, den ich jetzt nicht kriege, wegen I don't give a shit. Keine Ahnung, mal gucken. So, gehen wir hier zum Shrine und machen mal vielleicht ein bisschen Pause. War das was? Ich meine, interessant wäre jetzt nochmal zu gucken, ob er da hinten irgendwie nur rumsteht. Der kommt ja nicht wieder als Boss, ne? Würde ich sagen. Aber ich guck mal, nicht, dass er auch so ein Vogel ist wie die anderen. Wobei die hier sind auch weg, ne? Also, ich guck mal, die paar. Ja, ich guck mal. Okay. Okay. Hier ist ja auch so ein Vogel. Ja, ganz entspannt. Der ist weg. Okay. Und der Hände ist auch weg. Ja, cool. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal ein Päuschen. Geht zum Schreien. Das nächste Mal gehen wir da mal in den Tempel rein. Bin gespannt. Wahrscheinlich irgendein neuer Boss. Schauen wir mal. Also, bis dann. Ciao.